Vor dem ersten Kinderschlag Nina Hagen wird zur Gallionsfigur einer neuen offensiven Weiblichkeit. Punkrock im Fernsehen. Augen blicken, fühl ich mich unmechstreich, weiblich, weiblich. Wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anfassen. Man kann sehr schön so, sagt man. Man kann auch schön so machen, man kann auch schön so. Man muss immer darauf achten, dass die Frau ihre eigene Hand dort hat. Man kann es gut so machen. So, du kannst gut anfangen. Ich habe ein Lied gemacht mit Ariane zusammen von den Slits. Das haben wir Punk genannt, das Lied. Das ist mit dem Unterdrücken, das kannst du mich nicht. Auch wenn du es immer die ganze Zeit versuchst. Du weißt, ich glaube, du bist nicht ganz dicht. Du bist jetzt viel und ich habe genug. Punk hat jetzt alles revolutioniert. Als Punkrock kam, das spülte die alten Leute ja nur so weg. Das erste Mal, dass ich irgendetwas von Punk mitgekriegt habe, ist in der Bravo meiner kleinen Schwester an einem Poster der Sex Pistols. Punkbands wie die Sex Pistols oder The Clash zerstören mit ihren simplen drei Akkordstücken den Gigantomanismus der etablierten Rockgrößen. Jeder kann Musik machen, lautet die Devise. Ich mochte nie Gitarren-Solos. Plötzlich waren die, als ob ich es mir selber gewünscht hätte. Sie waren nicht mehr da, die Scheiß-Solos. Ein Stück war in zwei Minuten zu Ende und es war alles drin. Das hat mich total begeistert. Ich habe es tierisch geil gefunden, wenn einfach nur wirklich die Gitarren so rauf und runter gespielt wurden, immer nur in zwei oder drei Tonlagen. Und dann nur ein Gegröle war und dann irgendwie der Punker von der Bühne gepisst hat, wenn es halt asozial war. Das war geil. Also in der Schulklasse hatten wir einen Diplomatensohn, einen Jugoslawen. Der konnte immer durch seine Eltern noch investen und hatte lauter Platten, die wir alle nun nicht kaufen konnten, die nun im Osten so normale DDR-Bürger waren. Und der kam eines Tages so zu mir und sagte in der Schule, ich habe die Nevermind-The-Bollocks gekauft von Sex Pistols und da ist kein Einzellied langsam darauf. Anfang der 80er erreicht der Punk den Osten. Die Zahl der Fans ist gering, die Angst des Staatsapparats dafür umso größer. Da hast du dir so Clash, so ein Badges, so ein Sticker da ran gemacht und so. Und dann kam noch ein zweiter dazu von Pink Floyd, The Wall. Das hat sich total gebissen, aber da war ich ja auch noch nicht so extrem so auf Punk ausgerichtet und so. Und dann kam eben der erste Bulle, der hat dir die Dinger abgenommen. Und dann wurdest du so ein bisschen wütend und dann irgendwann, daraus ist das so immer entstanden. Also du wurdest so dazu auch gemacht. I got a feeling inside of me It's kind of strange like a story scene I don't know why, I don't know why I guess these things have gotta be I got a new rose, I got a girl Mit Punks, die aus dem Westen kommen, hab ich ja gar nicht am Hut. Weil letztendlich die ja nicht so unter so pseudopolitischem Druck standen wie wir. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, wenn du im Osten über die Straße gelaufen bist, dann bist du so... Also ich hab fast jeden zweiten Tag irgendwo bei den Bullen gesessen und wurde verhört. In diesen Tagen wurde mehrfach versucht, so Punker-Karteien anzulegen. Unter anderem auch in Hannover, auch in Düsseldorf. Jeder, der den Ratinger Hof betreten hat, wurde damals fotografiert und irgendwo archiviert, ja. Und die Hannoveraner haben ja dann gesagt, pass auf Leute, bei uns gibt's diese Aktion jetzt auch. Kommt alle rüber, lasst euch alle fotografieren, wir machen hier eine Fete. Und das waren die ersten Punkertage. Die kamen eigentlich aus einer Superidee raus. Während die Punks im Osten mit allen Mitteln versuchen, aus der staatlichen Totalversorgung auszubrechen, sind die Westpunks viel desillusionierter. Sie verweigern sich einer Gesellschaft, die für sie keine Zukunft mehr bietet. Sie verweigern sich einer Gesellschaft, gegen die Spießer, gegen die Ärsche, gegen die Art wie die leben, so richtig im Tranen drin. Morgens aufstehen, arbeiten gehen, abends nach Hause kommen, essen, alte knallen, schlafen gehen. Morgens aufstehen, vielleicht jedes Jahr mal in den Urlaub fahren. Ich weiß das doch nicht. Man durfte kein Beton gut finden, man durfte kein Plastik gut finden, man durfte keine Hochhäuser gut finden, solche Dinge. Und das hat mich eigentlich zunehmend genervt. Und ich fing langsam an, auch diese Leute, die immer diese korrekten Theorien vertraten, zu provozieren. Und die konnte man halt wunderbar provozieren, gerade mit diesen Dingen. Und dann natürlich auch mit Dingen wie Hakenkreuzen. Was bedeutet denn für euch Faschismus? Sympathisiert ihr damit? Sympathisieren, nicht im Leben. Faschismus bedeutet für mich Unterdrückung, genau wie das unser Staat heutzutage noch ausführt. Punk vertritt keine Ideologie. Für was soll man auch sein, wenn alles scheiße ist? Punk ist nichts als eine hässliche Pose, das Bekenntnis Müll zu sein. Auch wenn man sich dafür richtig stylen muss. Es gab ja damals nicht die ganzen Stylingprodukte, wie Gel und Haarschaum. Damals gab es ein Haarspray von Gart, das Müller, ne? Das war so richtig stark festigend, das war das Einzige, was es gab. Und ansonsten habe ich den Rasierschaum meines Vaters immer in die Haare. Dann sahen die so verfilzt aus, wie jetzt die Haare, ungefähr jetzt. Aber dieser Rasierschaum, der hat das Ganze so verfilzt gemacht. Aber es roch natürlich dann tierisch nach Rasierschaum. Und die Haare standen nicht wirklich ab. Jeder hatte so seine Art, die Haare sich so hoch zu machen. Und das Schlimmste war, sich gegenseitig zu sagen, hey, deine Haare liegen. Das war schlimmer als, du bist ein Arschlau oder du Fotze oder was weiß ich, was man halt sagen kann. Ich mach mir ein Loch in die Backe und klopf ins Ohr. Und dann komm ich mir tierisch vor. Ich mach jetzt Punk. Ich mach jetzt Punk. Der Punk, der war zum Beispiel auch gegen seine eigene Generation, die zum Beispiel aufbröselten und in die Diskotheken gingen. Das Saturday Night Fever bricht aus. Film und Soundtrick brechen sämtliche Rekorde. John Travolta wird zum Held für Millionen Teenager. John Travolta war ein Riesenidore. Ich hab den Film gesehen. Das war für mich damals eine Offenbarung. Ich war in dem Film Montagabends drin, dann Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, Freitags, Samstags. Sechs Mal hintereinander hat mein ganzes Monatstaschengeld dafür geopfert. Und ich fand die Mode super klasse, die Schlaghosen. Freistanz im Big Eden, Berlins Teenie-Diskothek. Wer tanzt wie John Travolta, organisiert von der Redaktion einer Jugendzeitschrift. Hilflandessieger erschienen zum Endkampf teils mit eigenem Fanklub. Für je zweieinhalb Minuten standen die Tänzer im Rampenlicht. Klamotten musst du ja immer haben in der Diskothek, ne? Du kannst nichts dran machen, sonst kannst du keine Show abreißen, ne? Disco-Mode hat Hochkonjunktur. Doch nicht nur für die Bekleidungsindustrie wird der Tanzboom zum Marktfaktor. Von der schillernden Glitzerwelt mag jeder gern ein Stück abhaben. Ich bin sogar extra an die Time-Schule gegangen, weil die damals diesen Night Fever angeboten haben, diesen Tanz aus dem Film. Und ich hab dann nichts aufgepasst, weder bei Walser noch Tango noch Foxtrot, sondern nur Night Fever. Anfang jetzt, links, zwei, drei, nach rechts, spring, zwei, drei, fest, dring, so, jetzt kommt der Kick, Kick rück, klatsch, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wolle, wolle, hacke, 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 spitze die Drehung von Anfang, so, so, jetzt nach rechts, spring, so, drei, nach links, spring, so, jetzt der Kick, Kick rück, klatsch, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wolle, wolle, hacke, 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 schiffe und vor Quade. Man kann sich austoben, Leute sehen, Bekanntschaft machen, sich in eine Welt hineinversetzen, die man tagsüber leider entwerden muss. Denn die ist oft genug düster. Ende der 70er erreicht die Jugendarbeitslosigkeit ihren Höchststand. Der Leistungsdruck wächst und mit ihm die Zahlen derer, die ihm nicht standhalten. Die Geschichte des Berliner Junkie-Mädchens Christiane F. schockiert als Buch und Film Millionen Teenager und deren Eltern. Die fürchten von jetzt an um ihre Kinder bei jedem Besuch in Berlin. Doch die Inselstadt ist nicht nur Anlaufstelle für gescheiterte Existenzen. Das war einfach ein Ort für etwas schrillere Leute. Und man fühlte sich da geschützt von dem normal durchschnittlichen, langweiligen Deutschstuhl. West-Berlin wird zur Hochburg der linken Szene. 20.000 Stadt-Indianer, Spontis und Alternative treffen sich dort 1978 auf dem Tunix-Kongress, um den Auszug zu planen aus dem Modell Deutschland. Ich bin ja kein 68er, dazu bin ich viel zu jung. Aber ich lebe natürlich genauso auch noch, bin noch aufgewachsen mit diesen Ausläufern. Mit den Resten von dem, was da war. Und Tunix war tatsächlich so das Abschiednehmen davon. Nach dem deutschen Herbst setzte eine wirklich ganz neue Phase ein, die bis auf den heutigen Tag eigentlich nachwirkt. Insofern nehme ich, als von den großen linken Utopien und Vorstellungen Abschied genommen worden ist. Natürlich nicht von jeder Gruppierung und jeder Organisation, aber von den meisten. Der Trend setzte ein, dass man in die Alternativbewegung ging, den Versuch unternommen hat, konkrete, überschaubare Projekte aufzubauen und das auch wirklich spüren wollte, was an Veränderungsbereitschaft da war. Ihr braucht nicht auf Politiker zu warnen, denn wahrscheinlich warnet ihr umsonst. Macht selbst die Politik den kleinen Schritten, fangt zu Hause an mit dieser Kunst. Was ich gehasst habe wie die Pest damals, das war die Öko-Welle. Die ganzen Ökos, die waren wirklich gedisst. Die Öko-Bewegung war natürlich eine ganz notwendige Sache und ich hatte schon sehr früh ein Buch gelesen von einem Gordon Radtree-Taylor, hieß der glaube ich, das hieß die biologische Zeitbombe und da wurden halt alle möglichen Weltuntergangsszenarien beschrieben, was halt passiert, wenn wir so weitermachen. Ich bin 21 Jahre alt und ich möchte auch in 50 Jahren hier noch leben können und ich halte das für unheimlich wichtig, dass besonders die jungen Leute sich bewusst werden, in was für einer Welt wir hier überhaupt leben. Die Angst vor dem atomaren Tod geht um. Die Anti-Atomkraft-Bewegung schafft ein neues Öko-Bewusstsein bei vielen Jugendlichen. Zehntausende demonstrieren gegen die geplanten Kernkraftanlagen. Wer hier rangeht und versucht, Polizei herzuschicken, der stört dies und ich finde, das soll nicht gestört werden, das muss unsere Gesellschaft ertragen können. Also wenn ich mich an Brockdorfer erinnere, das war schon ziemlich wüst, also das war regelrecht blutig und man hatte eine bestimmte Einstellung dazu und es war auch weit verbreitet, so eine Einstellung zu haben, die so in die Richtung ging, sich so in dem Spruch gipfelte, haut die Bullen platt wie Stullen. Die harten Auseinandersetzungen sind für viele der überzeugten Atomkraftgegner keine Lösung. Im Gegenteil, selber neue Gesetze schaffen ist das Ziel. Die Gründung einer Partei, der Weg. Gleich seid ihr so nett und gebt euch einfach alle mal die Hände, so machen wir eine Begrüßungskette. Ganz alternativ und solange wir noch so friedlich sind. Gut. Opa, warum sind die Fische tot? Weil die Industrie das Rheinwasser vergiftet hat. Wer hat dir das gesagt? Die Grünen. Also gegen Wasser- und Luftverschmutzung. Gegen Diskriminierung von Frauen. Für gesunde Umwelt. Für eine lebenswerte Zukunft. Eine Zukunft, in der es vielen Jugendlichen immer schwerer fällt, sich zu orientieren. Während sich die Alternativen zum letzten großen Aufmarsch in der Friedensbewegung versammeln, entstehen aus dem Punk die Wurzeln der neuen deutschen Welle. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Für点 Endọt. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Und dann kommen wir zu der Übersturzlake. Sie können es sich an den plants orientieren, es ist eine嗎hers PS- bzw. Was ist eine Adventschaft des ZDF für funk,